Dieses Backpack ist verbraucht, das ist nicht schön. Lager fertig. Und zwar will ich da drin haben... Also das hier will ich alles nicht da drin haben. Das sollte hier schnellstmöglich wieder weg. Äh, eigentlich will ich auch... Obwohl, Soldaten können wir später schon hier reinlassen. Aber die Starken. Machen wir aber nur die Starken. Und das war's erstmal. Genau, und alles was an Essen ist, das kann da rein. Auch wenn ich nicht glaube, dass da... ...viel passiert. So, aber jetzt muss ich erstmal hier weitermachen. So, angeschlossen. Wieder. Ups. So. Machen wir's mal so. Und so sieht das auch ganz passabel aus. Ich muss mir nur noch überlegen, was ich jetzt hier mache. Eins, zwei, drei. Oh, Treffer. Und drei wieder rein. Wie sieht das jetzt aus? Das hat grad nichts. Und das hat auch nichts. Okay, dann staut sich's aber zumindest auch da nicht an. Was schon mal sehr gut ist. Und hier hinten wird immer noch... ...gebau... Das ist jetzt aber das Hauptquartier. Und da ist ein Katapult. Aber offenbar hat's bis jetzt nicht auf uns geschossen. Och, Menno. Oh, ne, irgendwie... Ich meine, es geht voran, aber nur langsam und jetzt... Ah, Mars. Wir sind tatsächlich stärker als der Gelbe. Zwar nicht viel stärker... Oh. Bums, da war es weg. Aber die schießen ja noch weiter und dann geht das jetzt auch flöten, ne? Ach, schade. Hat nicht getroffen, leider. Aber... Und dann schießt das Katapult hier drauf und dann rücken wir hier so langsam, langsam vor. Hui. Das ist echt gut, das ist echt gut. Können wir das auf jeden Fall erstmal wieder wegmachen. Das wollte ich jetzt nicht wegmachen, aber... Das sind ja gerade alle rausgegangen. Aber ich fürchte, das hier macht jetzt nichts mehr. Das war es jetzt wahrscheinlich. Das wäre gar nicht so schlecht, weil dann könnten wir... Hier unten ist auch so ein bisschen eine Engstelle. Da können wir zumindest mit mehreren Burgen nebeneinander das Ganze sicher verteidigen. Und wären, sag ich mal, vor dem Gelben relativ sicher. Das würde uns, glaube ich, ganz gut tun. Mal gucken, wie viele Soldaten haben wir in 64. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das ist auch lustig so, dass wir den einfach hier so ein bisschen plätten. Aber es dauert halt immer dann länger, ne? Und irgendwie juckt es einem dann ja schon, den Fingern einfach mal anzugreifen. Aber solange die Grenze hier noch so lang ist, habe ich da eigentlich keine Lust drauf. Oh, jetzt läuft da noch ein Starker rein. Das wäre jetzt so gut. Und jetzt bitte treffen. Schießt es einfach ab. Weil hier passiert nichts mehr. Das reißt ich jetzt ab. Dann. Ah, da geht's los. Treffer. Hier ist noch nicht drauf geschossen. Aber das hatte ich befürchtet, dass uns das irgendwann hier passiert. So, jetzt mal gucken, ob er auch hier drauf schießt. Das wäre ärgerlich. Weil dann sind wir hier an der... Ja. Dann ist jetzt hier aber an der Stelle nämlich Ende. Ich glaube, wir können das Hauptquartier, das können wir nicht beschießen. Das geht nicht. In meinem, wir können das probieren. Aber ich glaube, das geht... Ne, das geht nicht. Das haben wir doch schon mal probiert in der Mission. Ne, wir lassen das. Und dann reiße ich vielleicht sogar eher die Festung ein. Ja. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Weil die anderen... kriegt er nicht. So, hier muss ich erst mal wieder. Eins, zwei, drei, vier. Und wir voll machen. So, was haben wir denn jetzt hier? Dieses Bergwerk ist verbraucht. Gut. Tschüss. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Damit hat sich das jetzt hier alles erledigt. Wir werden von einem Katapult beschossen. Ja, gut. Habe ich mitgekriegt. Okay. Und ich glaube, das hier oben kann ich vergessen. Dann fange ich jetzt hier unten an, das anzuschließen. und hoffe dann, dass wir hier praktisch die versorgt kriegen von oben. Aber damit wir dann halt das Gebiet hier unten wieder aufgeben können, ich mache jetzt hier die ganzen Kohlebergberge dran. Und dann sollten wir hoffentlich erstmal genügend Kohle besitzen. Das ist gerade viel lustiger mit dem Gelben, muss ich mal sagen. Ja, den kann man viel besser... Oh, das geht jetzt aber ganz schön. Schrupp. Da war wieder ein Treffer. Das kann ja auch vielleicht hier hinter schießen, was ja auch gar nicht so schlecht wäre. Ja, dann könnten wir auf jeden Fall hier noch ein Stückchen vordringen, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, den Roten anzugreifen. mal kurz einen Blick darauf werfen. 146 Steine. Ja, das sollte doch erstmal noch gehen. Weil wir werden uns nachher unten jetzt nicht weiter ausdehnen. Das ist zu riskant, um jetzt hier irgendwie... Aber ich kann hier noch ein paar Bauernhöfe bauen. Bauen wir halt hier noch ein paar, damit es wenigstens gelohnt hat, dass ich so viele Sensen produziert habe. Das wird sich zwar nie lohnen, aber ja, wenigstens ein bisschen, ne? Also das hier kann weg. Ich baue hier nochmal einen Holzfäller. Ich kann das hier wegmachen. Und ja. so, der schießt... Was wird das jetzt hier? Ja, das ist halt jetzt wieder die Gefahr. Naja, gut. Aber hier passiert halt auch nichts. Eins, zwei, drei. Oder hier wieder irgendwas hin. Nachdem wir es gerade so schön kaputt gemacht haben. Aber es ist nur eine Baracke. Ja, gut. Wird mein Katapult vielleicht stehen lassen sollen. Gut. Kann ich dann immer noch wieder ein neues bauen. Und hier geht's jetzt richtig zur Sache. So, wie sieht das jetzt hier aus? Treffer? Und weiter geht's. Kommt schon. Wir brauchen mehr Steine hier unten. Mehr Steine. Also, wenn ich wenigstens noch hier jetzt so diese Dinger wegkriegen könnte und mich hier so richtig schön in diese Engstelle platziere, dann würde ich es wagen, mal anzugreifen. Dann würde ich es in Betracht ziehen. Denn wir haben ja eigentlich schon ganz gut Soldaten produziert. Also, ich meine, wir sind echt mit 70. Gar nicht mal so schlecht. Also, da haben wir auch einen ordentlichen Vorrat, sag ich mal, um nachzuliefern. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn ich hier drei Festungen baue, die ich voll besetzen will, ja, mit jeweils neun Leuten, da gehen schon mal ganz schön viele drauf. Das ist die Hälfte schon von denen, die wir da haben. Das hört echt krass aus. Also, es ist nicht ganz die Hälfte. Aber, ich meine, immerhin fast 30 Stück. Und, äh, da ist schon nicht so ganz ohne. Was ist denn hier wieder irgendwas verbraucht? Das habe ich mir gedacht. So, wenigstens das eine da arbeitet noch. Dann haben wir aber auf jeden Fall hier unten noch eins. Genau, hier ist noch eins. Bin ich mal gespannt, wie das denn hier wird, ey. Und dann kommt hier so ein Haufen Kohlen nach oben. Ah, ist gar nicht mehr so schlecht, wenn das jetzt hier so ein bisschen arbeitet alles. Wunderbar. Dieses kleine Häuschen. Ernsthaft? Ärgert natürlich jetzt, dass ich hier nur Wachtürme stehen habe. Und keine Burgen. Aber, auch die sollten eigentlich ausreichen. Hier noch ein. Und hier noch ein. Und dann auch hier die Wachstube und so. Eins, zwei, drei. Ja, kommt der letzte auch. Danke. Und das Ganze läuft jetzt hier auch schon wieder alles ein bisschen flüssiger. Oh, kaputt gegangen. kaputt gegangen.